Diese Szene hat sich nach dem Zugunglück in Hengard abgespielt. Wie ist es zum Zugunglück in Hengard gekommen? Und was ist nach dem Ausraster von Simon passiert? Das Bauelement, das beim Unfall auf die andere Gleisbahn ragt, war auf jeden Fall schon bei der Eiffahrt in dieser Position. Und hat bei dieser Eiffahrt schon eine Bahnampel umgefahren. Warum das Element so raus ragt, wird noch ermittelt. Jedoch geht man davon aus, dass die Sicherung, die das Bauelement fixiert, entweder defekt war oder gar nicht erst drin war. Der folgende Ausraster von Simon hat sehr hohe Wellen geschlagen. Nach dieser Szene hat sich die Lage jedoch beruhigt. Der Lokführer ist dabei ausgestiegen und hat sich um das Wohlergehen von allen gekümmert. Und behauptet, es sei nicht seine Schuld an das Ganze. Ebenso sind er danach jedoch auch noch in Tränen ausgebrochen. Daraufhabe sind auch schon jene Polizisten, Sanitäter und alles aufgefahren. Was haltet ihr von dem Ganzen? Lasst es euch wissen. Das ist uns ja ... Da sind die Scheisse. Da sind die Scheisse. Das ist dein Geos individual. Waage weit! Da sind die Scheisse. Vielen Dank.